und halt demnächst weg das ist hier oben glaube ich auf dem Hügel drauf meistens oben oder hier hinten da oben wird mir auch oben angezeigt ich bin schon halb tot wenn ich bei dem Mann komme hey hau dich nicht so schnell ich will auch noch einmal das war gemein entschuldige das gar nicht mitgekriegt dass er schon gut ist das ging super schnell ja es ging extrem schnell juhu damit für den müssen wir jetzt wieder zurück um das abzugeben ich denke schon okay aber das macht ja nichts von daraus können wir dann trotzdem ja auch überfliegen ja naja wir können auch von dahinten überfliegen zum schwingendorn cup stimmt dann sollten wir das auch davon da können und wenn nicht müssen wir inzwischen halt machen dann ist das so ja aber das wird schon kein problem sein also wir kann ja jeden flugpunkt eigentlich oder fast jeden flugpunkt von überall aus von überall her erreichen verdammt ja gucken wir mal weil den würde ich jetzt natürlich ganz gerne abgeben dass es abgeschlossen ist natürlich und dann gehen wir zum cup dann lassen wir die quests hier sein weil die moschok die sind auch nervig ja ja außerdem will ich wieder ein neues gebiet sehen ja ich finde das reicht jetzt hier das war hier da genau schauen wir mal machen wir mal eine guck ja dann gehen wir da jetzt noch bangalash ab und dann rüber genau gehen wir zum cup obwohl ich jetzt also es kann sein dass wir doch dazwischen halt machen müssen wir sollten ja mit dem typen da sprechen dass der uns rüber schickt ja ja müssen wir sehen habe ich jetzt auch gar nicht darauf geachtet ob das als normalen flugpunkt schon jetzt so anwählbar war ich auch nicht kann ich gar nicht sagen habe ich nicht drauf geguckt hätte man ja mal darauf achten können ja ist aber ja auch egal letztendlich nicht so schlimm wir werden das gleich feststellen ja na los flieg ach jetzt wollte ich hier abgeben hier nicht ja ich bin mal wieder verwirrt macht nix befehl ist nicht der einzige nein du bist nur vergesslich naja ich bin des öfteren auch mal verwirrt ja aber manchmal vergisst du auch dass du verwirrt ist das ist richtig worüber haben wir gerade gesprochen ja über deine verwirrung habe ich eigentlich meinen wolf schon umgenannt ja hast du aber den fuchs noch nicht oder doch ist ja nicht brutus nein das ist der wolf minoko ist der fuchs eigentlich minaco ach so ja jetzt war ich verwirrt der im glashaus sitzt so die schultern die schulter 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 taille 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 ja du bist ziemlich dunkel würde ich sagen so jetzt kannst du gucken ich will ganz lila Eigentlich ist dein Umhang ziemlich blau. Ja, aber Oberteil lila, Schultern lila. Das ist ja hauteng, ey. Das ist wirklich jetzt auch lila. Das ist ja hauteng, das ist ja richtig heiß. Du kannst da kirschnern. Ich kann dir ja gleich mal deine Klamotten wegkirschnern. Mach doch, mach doch. Ach nee, von hier können wir gar nicht fliegen, ne? Nee, von hier nicht, dann müssen wir wieder zurück. Gut. Dann gehen wir zurück und fliegen dann. Das ist eigentlich voll der Umweg, ne? Erst zurückgehen und dann wieder... Wieder vorwärts fliegen? Ja, das ist irgendwie blöd. Also ich finde, man könnte auch einführen, dass man ab Stufe 1 fliegen kann. Ja. Finde ich auch. Nicht erst ab 60. Naja, ich bin ja mal gespannt, ne? Ja. Bei MOP, ob wir fliegen können oder nicht. Naja. Gerüchteweise ist es ja nun eben halt nicht. Ja. Ja, aber es ist noch nicht wirklich was bekannt, ne? Ja, es gibt noch keine konkreten Hinweise. Also ich fände schon richtig scheiße, wenn man erst mit 95 oder so fliegen könnte. Ja, muss ich. Wenn man mit 90. 95, ja. Muss ich auch sagen. Und erst wieder ab dem nächsten Add-on. Ja. Wird alles wieder rückgängig gemacht. WoW wird wieder zurückgerollt sozusagen bis an den Anfang. Genau. Mit allem Krams, also auch Systemausfälle hier, Serverabstürze. Äh, nee. Alles wie es am ersten Tag gewesen ist. Das wäre ja schrecklich. Mhm. Oh ja. Das wäre schrecklich. Das wäre es. Mhm. Stell dir das mal vor, ey. Nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ja, ich kann mich da auch an so fiese Sachen erinnern. Ja. Das war nicht am Anfang, da war ich ja nicht dabei. Naja, so ganz durchgehend habe ich das ja auch nicht gespielt zu Anfang. So, jetzt können wir mit dem Typen hier schnacken. Ja. Guten Tag, wie geht's dir? Hallo, wer bist du? Ich habe einfach nur gesagt, Wulfried sagt. Wulfried sagt? Und dann hat er mich losgeschickt. Wulfried sagen dir, machen, flieg, flieg mit, greif. Genau. Wie hieß der andere noch? Welcher andere? Na, der, der Oga da, oder was das ist, in der Höhle. Äh, äh, ja. Oga in der Höhle. Ach, Klubtok. 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 Klubtok gerne helfen, kleines Menschi. Klubtok. So, wir sind da. Ah, den müssen wir hier, der hat noch ein grünes Ausrufezeichen, ey. Ah, den müssen wir noch entdecken. Den haben wir noch gar nicht entdeckt, der, wenn man daneben steht, hat man den noch nicht entdeckt. Sauerei, so, wo haben wir denn was zum Abgeben da, Linda? Grüße. Ja, grüß dich auch. Bleibt auf dem Boden. So. Eisenschmiede ist wohlwollend eingestellt. Also, Dusk, der Kolbenfusselmaul. Mhm. Bringt die geöffnete Schatzkiste der Mosch-Og zu Dusk, der Kolbenfusselmaul in der Grabungsstätte der Forscher liege am Schlägenhorn-Kapp. Ja, du mich auch. Hm. So, dann müssen wir hier rüber. Na gut, nehmen wir erst den. Abgeben, so. Beschafft eine Fiole mit Eisenkieferkörperflüssigkeit vom Eisenkieferungetüm in der Kristalladamine. So, das nächste darfst du vorlesen. Ey, meine Zunge hat einen absoluten Knoten mittlerweile. Alles klar, mach ich. Töte zwölf Donnerschwanz oder Eisenkieferbasilisken? Was? Das ist sowas von gemein. Ich hab da so drauf gehofft. Naja, schon klar. Hier hinten könnte noch eine stehen, aber die hat keine Quest. Und außerdem sitzt die. Ja, das ist aber erst später, glaube ich, ne? Ja, kommt erst später. Ähm, die waren... Moment, bei mir ruck jetzt grad ganz arg. So, jetzt scheint es sich wieder gefangen zu haben. Ja, war bei mir auch eben kurz. Ja. War hier hinten nicht auch irgendwas? Ja, hier waren doch die Viecher schon, oder? Die wir müssen umhauen müssen. Eigentlich. Hallo? Ne, wir machen die Basilisken jetzt. Guck, da, 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 da. Aber die müssen wir noch gar nicht. Nein, das ist noch nicht so. Das kommt ja später. Entschuldige, bitte. Oh, warum sind wir hier gleich zwei? Was soll in der Karte? Ich würde sagen, weil wir haben doch jetzt eigentlich erst mal diese Basilisken, die wir machen sollen. Ja. War ich wieder verwirrt, weißt du? Mhm. Basilisken? Ah. Wo müssen wir denn da hin? Hier lang? Ne, oder? Ne, warte mal, das ist... Ne, wir müssen hier rum. Ne, da müssen wir außen rum, ne? Ja. Ich kann das gar nicht genau sagen, weil, wie gesagt, ich habe ja keinen Modsful mit World Map mehr drauf. Und meine Karten sind jetzt ja nicht aufgedeckt. Ach, stimmt ja, deswegen kannst du ja die Wege auch gar nicht so sehen. Genau. Was mich eigentlich ja auch nicht stört, aber... In dem Fall ist das jetzt schon blöd. Ja. Oh Mann. Hier sind Zanzil, genau, der wird ja hier auch noch gemacht. Hier ist auch ein Ramob. Ach, ah, gleich anhauen. Natürlich. Ist zwar Level 34, aber wir hauen den mal. Klar, den machen wir platt. Aha. Und er ist knallrot, ey. Warum hast du denn den angegriffen? Ich? Ja. Ich habe den angegriffen. Der haut ab, der Feigling. Gucken wir an, wie er rennt. Ha, 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 ha. Benötigt Stufe 30, wow. Ich würde das mal entzaubern, weil ich kann den nicht brauchen. Okay, warte kurz, es ruckelt wieder so arg. Okay, ich warte. Jetzt ist wieder gut. Ferifo nix. Ja. Hieß der Typ. Ja. Ist ja wirklich voll der Feigling, ne? Ne, du haut der einfach ab. Voll die feige Ratte. Ja. Ich kann dich auch wieder kirchnern, ne? Ja. Mann, wären das alles Skillpunkte hier, ey. Ich muss uns ja überlegen, ob wir dann mal nach Beutebucht jetzt dann gleich gehen. Mhm. Oder ob wir nach Sturmen zurückgehen. Ja. Weil, ähm, wir haben hier ja kein Gasthaus. Stimmt. Du meinst wegen den EP-Dinger? Ja, Bonus, Bonus. Genau. Na ja, eigentlich ist das ja letztlich egal. Also man fliegt da ja eh rüber, das pfuh. Ähm, ja. Das ist wurscht. Und so weit ist der Weg von Sturmwind aus ja nun auch nicht. Nö. Wir können die ja auch vor der Aufnahme schon draufsetzen, auf den Greifen und dann eben von hier aus wieder starten. Natürlich. Ja. Das macht ja nix. Ne, das macht gar nix. Ach, wir müssen doch in die Höhle auch rein, ne? Ja. Ach genau, da ist dieses Riesenviech drin, ne? Ja. Aber ich mache jedes Mal den Fehler, die erst hier draußen umzuhauen. Ja. Dann reinzugehen, um festzustellen, dass ich die dann umsonst da drinne umhau. Richtig. Tadadadadada. So. Hier ist irgendwas eingefrorenes. Eingefroren? Ja. Hier in diesem tropischen Gebiet? sie zu eingefroren aus sieht er aus wie so neuer sieht schon eingefroren aus das stimmt da muss ich dir recht geben gott sind hier viele schaben sich schon wieder erfolge für die gilde aber ich halte mich ja schon zurück moment es ruckelt wieder kein problem wird jetzt gerade immer heftiger ja wir können ja sonst auch gleich schluss machen ja würde ich sowieso ganz gerne jetzt langsam ein wenig müde dem schließe ich mich auch an ja schon kurz nach zwölf jetzt er hat eine schöne drehung gemacht ja der ist bei dir auf den rücken gefallen jetzt bei mir nicht nicht nein das ist doch immer unterschiedlich das ist ich kann mich nicht bewegen betäubt sterbe ich bin schon wieder betäubt aber der ist gleich tot jetzt war es das ist gut denn so langsam bin ich dann nämlich sonst tot jetzt haben wir die körperflüssigkeit die allein dieser narbe ist schon lecker ne so naja musstest du doch eine killen ich kann nicht anders es tut mir leid das ist ein angeborener reflex ein angeborener reflex ja ungeziefer muss man killen naja okay okay tu dir keinen zwang an töte du die ganzen küchenschaben oder höhlenschaben in diesem fall quest schon erledigt ja würde ich sagen gehen wir jetzt zurück geben die eben ab ne ja und dann rüber nach sw genau also ruhestein genau und das nächste mal können wir dann ja wieder rüberfliegen und dann hier in fortleggenstum die aufnahme wieder beginnen ja denke ich auch das ist ganz gut dass wir die flüge vielleicht ein bisschen raushalten aus den aufnahmen ja so weitestgehend halt ich würde jetzt aber auch nicht jeden flug irgendwie überspringen oder sowas nein nein die die jetzt während des spiels da sind die würde ich auch machen ja aber wenn wir irgendwann von sturmwind ganz nach in die westlichen pestländern müssen ja okay wenn das natürlich 10 minuten dauert oder viertelstunde oder sowas ja ich glaube das ist eine viertelstunde flug irgendwie das ist natürlich schon heftig ja ja nein das ist das jetzt können wir ein paar nur mit fliegen verbringen ja eben also sowas würden wir dann schon rausschneiden ja das auf jeden fall das ist dann zu viel so mal eben eine halbe minute oder so das kriegt man hin oder von mir aus auch ein zwei minuten ja obwohl das schon lang ist ja das ist richtig aber da müssen wir halt viel quatschen ich tja dass wir doch immer die klappe halten und dass wir wo wir doch immer die klappe halten ja was machst denn du da warum kämpfst du gegen den der wollte das man 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 ich wollte das ja eigentlich gar nicht ich muss aber auch immer irgendwelche viecher mitbringen ja ich muss jetzt mal warten bis ich mich wieder bewegen kann wieso so jetzt frames wieder runter ach so so gehen wir mal ab ja den einen da hatte ich schon einen Stab sieben Ausdauer sieben Int toll habe ich minus sieben äh minus fünf Int minus fünf Int ja aber plus zwei Schaden plus sieben Ausdauer plus vier Crit den nehme ich trotzdem mögen eure Reisen sicherstellen das ist in Ordnung so jetzt dürfen die Frames mal wieder hochgehen ich nehme hier auch schon mal noch eine Quest an oh drei sogar ich muss hier das andere noch abgeben ja die eine habe ich angenommen also das haben wir hier Plüschpelze beschafft vier geschmeidige Tigerinnenfälle ne doch Tigerinnenfälle und vier samtige Pantherfälle ja irgendwas war jetzt gerade wie was ist die Gilde aufgestiegen wieso ne respektvoll das hat denn jetzt hier gerade so mega geleuchtet bei mir egal so beschafft das heilige Wasser der Klarheit aus dem Neck Maniquellbrunnen am Schlingdonkab jawohl ok dann haben wir hier noch die ach die Akiris beschafft sechs Bündel Akirischilfrohr von den Forschern der Naga Blüschpelze hattest du da schon vorgelesen das hatte ich vorgelesen gut dann nehme ich das jetzt einfach nur an und ich mache dann auch die letzte von den dreien noch eben wenn sie sie einfach herumliegen lassen da haben wir dann beschafft sechs Naga-Ikonen von der südlichen ungezählten Küste am Schlingdonkab ja oder gibt es einen Hals das finde ich gut da habe ich gerade einen schon gekriegt so ok ich glaube da haben wir alles angenommen ne ähm vier vier Stück jetzt hier so ich glaube ja also ich muss immer hier hinten nochmal hintergucken weil ich vergesse die immer da hinten das sieht man so schlecht ja aber das würdest du ja auf der Karte schon sehen irgendwie ne das siehst du nicht wieso nicht weil du das auf der minimap durch die Fluganzeige und so nicht siehst naja naja also zumindest ganz ganz schlecht gehen wir zurück ja hui 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 boah nur so ein bisschen mhm nicht viel nur ein bisschen viel ne ein bisschen viel wenig dann kann ich jetzt nochmal hier verkaufen hier ja das mache ich auch ich möchte in euren Waren stöbern so mal den ganzen grauen Rotz hier loswerden mhm der einem ständig die Taschen zumüllt so viel habe ich gerade gar nicht ich auch nichts von zwei Sachen juhu ja ein bisschen mehr schon vier jetzt mal kurz gucken ich glaube ich habe hier noch eine Mystica Essenz ja wo bist denn du da bist du ja ähm handeln da ist es handeln ich brauche seltsamer Staub seltsamer Staub einmal bitte den kann ich dir jetzt leider nicht anbieten nein das ist schade wie wärs denn damit ne die kannst du behalten okay schicke ich dir bei Post zurück ja ist gut dann können die da drin vergammeln was siehst du ich kann hier noch das Gewehr verkaufen Gewehr verkaufen ja ich habe ja neue Waffe doch gekriegt achso das ist schon cool ne also jetzt ist es ein Sturmwind und meine Frames sind oben und stabil ne besser als unterwegs eben im Schlingelnor Cup schon interessant ich habe mich schon mal gesetzt ja ich komme da gleich dazu ans Bärenfell eigentlich fehlt dir das Lagerfeuer ja richtig da müssen wir noch ein paar Marshmallows kaufen ja ich will das eigentlich auch nicht ich guck mal nach oben wieso was ist denn oben können wir uns ins Bett legen ach hier gibt es noch einen Stuhl mit einem Flur ja ist ja toll Strafbank ja die hier wie heißt das noch bei der ach wie hießen die Zippe im Fernsehen noch die die Kinder immer erzählen genau hier die stille Treppe genau war doch so ne stille Treppe oder ruhige Treppe ach komm wir nehmen das große Bett ja das ist ja hier nur so ein Einzelbett ein Einzelbett das ist ziemlich riesig für ein Einzelbett ein anderthalbett so warte mal wie geht das jetzt noch äh slash schlafen legen achso zack so jetzt hab ich das Slash weggemacht also ich lieg mal voll am Fußende das ist wieder ein Bett für Riesen oh und du lässt den Kopf raushängen ja das ist aber ganz doof so sieht das blöde aus obsehlich liegt dein Fuchs auf dir drauf iiih so Moment jetzt nochmal ähm slash legen so ja ja mittendrin ja gut jetzt steht mein Fuchs auf dir ja eigentlich neben mir ja genau schnuppert mir gerade an den Füßen ja der mag das halt Minoku steht da drauf ja super ja gut okay mit diesem ähm süßen Bild oh man naja das riecht komisch ne schnuppert sich da einzigange ja ja würde ich sagen beenden wir die Aufnahme ja ja schlafen wir jetzt hier das ist sehr sinnbildlich hier genau und dann sehen hören und so weiter wir uns bei der nächsten Aufnahme ja 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 mal gucken wir werden sehen oder auch nicht genau ich glaube dein Fuchs hat Flöhe der Kratze hier schon die ganze Zeit ja stimmt ich sehe es gerade Floh Shampoo kaufen ja nächsten Mal benutzen okay gut dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und tschüss